Musik Herzlich Willkommen Ihnen heute Abend in diesem Unternehmen. Ich darf Sie als stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsförderung Region Freiburg herzlich willkommen heißen. Ich weiß, dass viele Gäste heute hier von weit her angereist sind aus ganz unterschiedlichen Gründen und wir haben die Erfahrung, dass diese Abende dazu führen, dass sich eben unterschiedlichste Personen, Persönlichkeiten austauschen, zu ganz neuen Kontakten kommen, zu ganz neuen Erkenntnissen kommen und deshalb halten wir an diesen Abenden, so wie wir heute einen führen dürfen, auch gerne fest. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen bei uns, bei den Firmen der Framomorat und F-Morat. Gut, dann kommen wir zu den Produkten. Bei der Framomorat haben wir, wie erwähnt, drei Bereiche. Das ist einmal die Zahnradtechnik, die Schleckenradsätze und die Antriebstechnik. Bei der Zahnradtechnik sind wir eigentlich reine Lohnfertiger. Das heißt, nach Kundenzeichnung wird dort gefertigt, teilweise optimiert, teilweise verbessert. Bei den Radsätzen sind wir sowohl in der Norm als auch kundspezifisch, wobei die Entwicklung in den letzten Jahren zunehmend Richtung kundspezifisch geht. Und in der Antriebstechnik sind wir der Entwicklungspartner unserer Kunden. Ich hoffe, Sie haben schon einige Beispiele draußen im Gang gesehen. Bei den Rundgängern gleich werden Sie auch diese Produkte, ich hoffe, dass die auch laufen gleich, werden Sie sehen, dass wir dort sehr, sehr viele Anwendungen momentan hier bedienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.